Hallo liebe Touratech-Kunden, heute möchte ich euch zwei spezielle Sale-Artikel vorstellen für die A1200R. Zum einen unseren Fashionline Tankrucksack in einem besonders exklusiven Design. Auch dieser Tankrucksack ist natürlich, wie wir es kennen, erweiterbar und hat ein großes Kartenfach. Besonderheit hier ist, dass wir hier vorne noch eine abnehmbare Tasche mit einem Clipverschluss haben und das Ganze natürlich zu einem besonderen Preis. Hierbei haben wir natürlich auch die Befestigungselemente für die A1200R dabei. Im Hinterbereich, im Bereich des Sozius, gibt es das Leiche nochmal als Sozius-Tasche. Auch hier das besondere Design. Auch diese Tasche ist erweiterbar und bringt den Befestigungssatz für den Sozius Plus mit sich. Für weitere Informationen besucht unseren Webshop oder ruft uns einfach an. und diesen Befestigungselement. Abonniert! Hier haben wir ein paar weitere Genes-Tasche. Oder wir haben das Streit und die Befestigungssatz-Tasche.